Das Remaster zu The Last of Us 2 ist endlich erschienen und vielen stellt sich nun bestimmt die Frage, ob sich der Kauf oder ein Upgrade von der PS4 Version überhaupt lohnt. Seien wir mal ehrlich, das Originalspiel ist erst vor dreieinhalb Jahren erschienen und ob man da jetzt schon nach so kurzer Zeit eine Remastered Version braucht, ist echt fraglich. Zudem ist auch vor ein paar Jahren schon ein PS5 Upgrade gab, welches aber nicht so viel Neues brachte, also keinen neuen Content zum Beispiel. Meine Meinung dazu ist einfach schlicht Nein, es ist einfach viel zu früh für eine Remastered Version. Aber nun ist sie draußen und wir gucken uns mal die ganzen Unterschiede vom Remastered zur ursprünglichen Version an. Also da hätten wir erstmal grafische und performancetechnische Verbesserungen. Ihr habt jetzt im Qualitätsmodus eine native Auflösung von 4K mit 30 FPS. Vorher mit dem PS5 Upgrade waren es nur 1440p. Unter Performance Modus bietet euch immer noch eine Auflösung von 1440p mit 60 FPS. Zudem gibt es auch noch eine Einstellung für unbegrenzte Framerate, mit der ihr in beiden Modi deutlich höhere Bildraten erreichen könnt. Das geht aber auch nur dann, wenn euer Monitor oder Fernseher variable Bildfrequenzen unterstützt, was meine zum Beispiel nicht hat. Die Texturauflösung sowie die Schatten wurden ebenfalls verbessert. Die Texturen sind deutlich schärfer, vor allem kann man jetzt auch Schriftzüge besser erkennen und einige Objekte sind auch vom Weiten her auch besser erkennbar. Ich hatte mir aber vorab schon einige Vergleiche zwischen den Versionen angeschaut, also Grafik betreffend und die meisten Verbesserungen musste ich zumindest mit der Lupe suchen. Bei Standbildern wohlgemerkt. Vielleicht sind meine Augen aber auch einfach nur zu schlecht für sowas. Also ob diese minimalen visuellen Verbesserungen jetzt auch während dem Spielen deutlich erkennbar sind, während man rumläuft, schießt etc. ist nun die Frage. Meiner Meinung nach sind sie nicht so groß, dass man sie mit bloßem Auge erkennt und sagen kann, okay das sieht schon besser aus als damals, vor drei Jahren. Um das Spiel natürlich Playstation 5 gerecht zu machen, wurden die Ladezeiten von 43 Sekunden auf 13 Sekunden reduziert und außerdem wird das haptische Feedback des DualSense Controllers auch unterstützt. Die größte Neuerung, die das Remaster mitbringt ist der Kein-Zurück-Modus, also der No-Return-Mode. Dort tretet ihr in der Rolle von verschiedenen Charakteren in zufällig generierten Levels gegen Wellen von Gegnern an. Am Anfang habt ihr nur Ellie und Abby zur Auswahl, aber ihr bekommt auch schnell die Möglichkeit andere Charaktere wie Dina, Yara und Joel freizuschalten. Insgesamt gibt es 10 spielbare Charaktere. Ein ziemlich cooler und spaßiger Modus, der aber auch ziemlich herausfordernd ist. Wenn ihr in einem Level sterbt, müsst ihr komplett von vorne beginnen, also beim ersten Level. Ich persönlich mag solche Herausforderungen und finde das Ganze hier schon ziemlich cool. Wichtig zu erwähnen ist auch noch, dass ihr für eure Charaktere verschiedene Skins freischalten könnt, zum Beispiel einen Astronautenanzug für Ellie. Da müsst ihr verschiedene Aktionen ausführen, die werden euch immer angezeigt, zum Beispiel töte 5 Gegner mit Molotov-Cocktails in einer Runde. Ich werde euch in einem anderen Video den No-Return, also kein Zurück-Modus etwas besser erklären und euch noch ein paar Tipps dazu geben. Lasst an dieser Stelle auch gerne ein Abo da, wenn ihr mehr von meinen Videos sehen wollt und jetzt geht's weiter. Neben diesem Spielmodus habt ihr jetzt noch zusätzlich die Möglichkeit drei verlorene Level zu spielen. Das sind einfach Levels, die aus dem Originalspiel rausgeschnitten wurden und die bieten jetzt auch nicht wirklich was Besonderes. Das sind aber trotzdem ein netter Zusatz für das Spiel und außerdem gibt es da noch Audio-Kommentare von den Entwicklern und da erzählen sie euch ein bisschen was dazu. Dann habt ihr noch den Modus Gitarre freispielen. Wenn euch das gefällt, dann könnt ihr dort eben Musik machen und auch neue Instrumente freischalten. Und dann gibt es noch den Schnelllauf-Modus, was einfach ein Speedrun ist, in welchem ihr natürlich das Spiel so schnell wie möglich durchschaffen solltet. Ich denke, dass diese Neuerungen bzw. Verbesserungen auch einfach mit einem Patch ins Spiel hätten reingebracht werden können, ohne eine komplett neue Version des Spiels zu basteln. Aber ich verstehe es auch ein bisschen, da jedes Unternehmen ja auch Geld verdienen will und natürlich machen sie das dann auch so. Und ja, ich sehe da jetzt auch nicht viel Falsches dran. Ich will auch das Spiel jetzt nicht schlecht machen. Es ist natürlich immer noch ein geiles Spiel, aber ja, dass man ein Remaster jetzt gebraucht hat, das denke ich auf jeden Fall nicht. Jetzt reden wir mal ganz, ganz kurz über den Preis des Spiels. Also ich habe es im Online-Shop von netgames.de für 45 Euro gekauft. Da kamen noch 5 Euro Versand dazu. Und im Mediamarkt gibt es das Spiel für 50 Euro, gerade weil es reduziert ist, aber sonst würde es dann 60 Euro kosten. Wenn ihr die PS4-Version schon habt, auf Disc oder digital, völlig egal, könnt ihr The Last of Us 2 auch für eine Gebühr von 10 Euro auf die Remastered-Version upgraden. Und wenn ihr euren PS4-Spielstand auf die PS5 kopiert, bekommt ihr auch alle Trophäen, die ihr auf der PS4 gesammelt habt. Sprich, hattet ihr in der PS4-Version die Platin, importiert ihr euren Spielstand und bekommt auch für das Remastered sofort die Platin-Trophäe. Wir haben jetzt über die ganzen Verbesserungen und Neuerungen geredet, also erhöhte Frame-Rate, schärfere Texturen, haptisches Feedback, kürzere Ladezeiten, ein cooler Roguelike-Modus, also kein Zurück, freischaltbare Skins und freies Gitarre-Spiel. Lohnt es sich das Spiel zu kaufen? Also, ich denke, dass es sich nicht lohnt, das Remastered zu kaufen, wenn ihr die PS4-Version bereits besitzt, da ihr ja theoretisch schon alles gesehen habt. Ausnahme natürlich, wenn euch der Kein-Zurück-Modus so stark reizt, dass ihr euch dafür das Upgrade für 10 Euro holen wollt oder wenn ihr eben die Doppel-Platin unbedingt braucht. Andernfalls sind die Unterschiede in meinen Augen einfach zu klein, um zu sagen, ich brauche dieses Spiel unbedingt, muss jetzt 50 Euro oder auch nur 10 Euro dafür ausgeben. Wenn ihr The Last of Us noch gar nicht besitzt, dann lohnt es sich auf jeden Fall für 45 Euro, das Spiel zu kaufen. The Last of Us 2 ist einfach ein geniales Spiel, das solltet ihr auf jeden Fall mal gezockt haben und ja, macht es einfach, 45 Euro ist jetzt echt human für das Spiel, also richtig gut, falls ihr es noch nicht habt. Aber wenn ihr es auf der PS4 habt, dann braucht ihr euch die PS5-Disk-Version zum Beispiel auch nicht kaufen. Dann macht lieber das Upgrade. Und wenn ihr ein bisschen sparen wollt und ihr habt das Spiel nicht, dann könnt ihr ja auch auf einem Flohmarkt oder in einer Facebook-Gruppe schauen, ob ihr die PS4-Version für wenige Euro auf Disc bekommt. Und dann könnt ihr es für PS5 einfach für 10 Euro upgraden auf die Remastered-Version, was auch sehr viel Sinn machen würde. Also das waren nun die Neuerungen zur Original-Version plus meine Meinung zum Remastered und ob es sich lohnt. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst gerne ein Abo, Like, Kommentar da und sagt mir auch Bescheid, wie ihr zu dem Ganzen steht. Lohnt sich das Spiel zu kaufen, wenn man es schon bereits auf PS4 hat? Lohnt sich die 10 Euro Upgrade wegen einem Spielmodus? Und ansonsten könnt ihr noch eure Meinung sagen dazu, ob man überhaupt ein Remake von einem Spiel braucht, ein Remastered, sorry, welches gar nicht so alt ist. Also Leute, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Haut rein und bis bald. Bye, bye. Bye, bye.